Hey, heute zeige ich euch, wie ihr eine leckere Bananenmilch mixt. Was ihr dafür braucht, sind drei reife Bananen, 750 ml Milch und ein Mixer oder Pürierstab. Dieses Rezept reicht für vier Gläser. Zuerst macht ihr die Bananen in den Mixer. Dann gießt ihr die Milch dazu. Jetzt mixt ihr es schön und habt dann eure leckere Bananenmilch. Das war's dann auch schon mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Bye! Das war's dann auch schon.